So, und da sind wir wieder. Ich muss mal kurz was nachgucken. Ja, das ist... Aufnahme läuft. Hab vielleicht kurz nen schwarzen Bildschirm gesehen, kann sein. Entschuldigung dafür. Ah, ich bin ja der Rote. Ich vergesse das. So macht man das hier. Ich glaub beim Hardcore wechseln wir auch wieder die Charaktere, oder? Ja, keine Ahnung. Dann mach ich rot und du machst dann wieder... Ich mag eigentlich den roten. Also von der Magie her ist der Hammer. Naja, mal gucken. Wir werden das schon... ...ausfuchsen. Aber irgendwie nur die gleichen Leveln im Spiel ist auch irgendwie langweilig. Gibt's da Custom Level? Ich weiß nicht. Oh. Custom Level in Castle Crushers? What's up? Das wär... was für ne neue Version. Also ich weiß, im Menü steht ja... Äh, wär's schon 1-3-1. Ob's denn... ob's der Aids oder sowas geben wird. Keine Ahnung. Ähm... Erstmal alle pören. Ich zieh immer nur einen da ab. Aber das bleibt ja, weil dir brennt. Wow, das sind noch mal ganz viele, ey. Ich glaub ich sterben. Geh doch mal mit deinem... Ja, Besteller. Da, der rein. Achso, nur das Tor. Ich klau dir jetzt deine XP. Ist mir egal, ich hab die Giraffe. Haha. Ich fang grad wirklich nicht. Auch wenn ich zu dir wollte, sollte ich sofort wieder auf die Presse kriegen, auf Deutsch gesagt. Na, wir... Bis 50 machen wir jetzt so ungefähr. Ja, da hab ich dein Handy gehört. Entschuldigung, Handy aus. Oh, ich bin auch tot. Ich hatte doch noch Heiltrank im Mini. Äh, war noch mal stumm? Wie war ne Stumme im Bett als ne Taube aufm Dach. Hö, 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 hö. So, machen wir Heiltränke. Können wir eigentlich mal hier kurz in den Laden gucken. Ja, da ist er dich grad vor. Zoomstone-Laden. Ach, hier wurden die Heiltränke so günstig, genau. Zack. Äh, was hat der hier? Die hatten wir uns doch damals noch gekauft, die haben wir auch noch. Äh, aber ich muss mir... Warte, nein, auf die hab ich dir die ganze Zeit gespart. Nein, die... Und mir Nägel... Die hattest du dir gekauft. Echt jetzt? Echt? Ja, trotzdem will ich mir die Heiltränke noch kaufen. Ja, Eiltränke sind... Du hast keine Schweine? Ja, das produziert Nahrung. Achso, das war das. Ja, okay. Ja, das ist cool. Das produziert Porkchops. So. Äh, nochmal von vorn. Nochmal von vorn. Das ist einfach zu überpowered, alter. Ohne Witz. Pfff. Ich glaube, von den Machern war auch nicht... Abgesehen? Abgesehen? Ich weiß grad nicht. Ich glaube, die haben nicht vermutet, dass wenn man... Also, dass man nur auf... Scheiße, alter. Ne, man kann ja alles hochleveln. Die... Äh, Charaktere gehen ja bis Level 100 oder Level 99. Ey. Ja. Muss man halt nur genug suchen. Könnte man theoretisch... Könnte man theoretisch... In die... ...Steam-Data gehen und sich... ...hochschieben. An der Höhe. Naja, ich glaub... Weiß ich nicht, ob das geht. Bei Steam ist eigentlich alles online gespeichert. Bei Steam ist eigentlich alles online gespeichert. Oder nicht. Ne. Ne, ich glaub nicht. Ne, doch eigentlich in der Steam Cloud. Theoretisch. Oh, wie ich diese Steine hier haste, ne? Ah, den nerf mir schon ein bisschen. Maaan. So. Ich hab grad schon wieder gedacht, ich bin in der Rot. Wow. Fresse, Mann. Also, es macht Damage. Du kannst ja jetzt nichts da... Das ist ne... Wahnsinn. Ja, das ist schon. Naja, ist egal. Nein. Meins. So. Ja, den hätt's aber echt gebraucht, aber egal. Das ist ja erstmal... So. Einmal hochspringen. Ich hab's nicht ab. Ja, ich... Versuch's aber. Es ist auch... Nicht gerade einfach. Vor allem, weil ich... Weil ich... Irgendwie so wenig Mana habe. Weil nichts mal eingefallen ist. Bestimmt. Wood, Wood, Wood. Wood, Wood. Wood, Wood. Wood, Wood. Hey, Fred! Lass uns das Spiel etwas schwieriger machen und tausend Gegner auf die Leute schicken. Ich glaube, er heißt nicht Fred. Fred. Doch, die heißen... Fred. Echt jetzt? Nein. Ich hab meinen schwarbigen Namen gesagt. Massenbrutzeln! Ja! Nein! Ach komm ich jetzt hoch, Mensch. Der folgt dir. Ja! Ich muss mich mal anders hinzeln. Warte mal eben. Oh! So. Mehr vor das Mikrofon. Ja. Ähm. Ähm. Fässer! Zerstören! Ich hab einfach nur was dran, oder? Nein, das nicht. Ja, das ist ein Schwert, was du jetzt hast, oder? Wir nähern uns dem Eisgelände. Oh, als sind meine Füße eingeschlafen. Au! 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 Alter! What the fuck? Wie du erstmal nur... Du machst ja 14 Schaden und das über 10 Sekunden lang, oder so. Das ist doch unnormal. Ich denke die ganze Zeit wir sind im Hardcore-Modus, oder so. Weil... Sie sind doch schon etwas stärker. Ja, irgendwie haben sie ganz schön viel Leben. Vielleicht sind wir auch im Hardcore-Modus, Alter. Nee. Dass sich das über die Accounts überträgt. Keine Ahnung. Ach Quatsch. Das wär irgendwie lustig. Das hätten wir doch schon lange gemerkt. Naja, sie sind ganz schön schwer. Alter, erstmal Level 20. Wie levelst du denn? Ich weiß es nicht. Ich glaub einfach rauf. Ich glaub der Orange hat so einen XP-Bonus oder sowas. Kann sein? Frage stellen. Kann man Eigenschaften oder so angucken? Gibt's da Infos zu den Charakteren oder so? Ich hab auch fast wieder ein Level-Up. Also so an sich. Dreh dich doch. Bestimmt gibt die Giraffe mir auch den ganzen XP. Okay. Das wird sein. Das wird so ein Gruppending sein. Ah, jetzt auch das Eis-Ding. Okay. Kann ich noch einen Schluck trinken? Oh, ich mag die Musik hier. Alter, wir haben heute meine Familie heute gefühlte 20 Kilo Erdbeeren gepflückt. In so einer Riesenschüssel. Ich hab ja jetzt so eine kleine Riesenschüssel Erdbeeren stehen. Und es ist so geil. Eine kleine Riesenschüssel. Eine kleine Riesenschüssel. Ja, das war so eine Waschschüssel voll. Keine Ahnung. Ich mach die Musik. Also du willst die Aufnahme benden. Ich will jetzt einfach mal... Fuck man. Warte. Wie spät? Achtung. Ja, eigentlich... Nee. 50 wohl diese Wenden. Genau. Ja. 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 Das Zeitgefühl ist der Wahnsinn. Ja. Naja, wir haben auch schon etwas später, ne? Ja, wir haben... Ja, wir haben... 24 Uhr. 24 Uhr, ja. Ja, wir haben auch noch einen Livestream. Das ist auch so geil. Von... Ungespät. Ja, ich mag den Typ nicht. Ungespät. Ja. Der Hippie. Ne, nicht weil der Hippie ist, sondern... Darf ich euch nicht sagen. Echt? Darf man das nicht sagen? Ich weiß es nicht, ob man Hippie sagen darf. Wegen Political Correctness und so. Echt? 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 Ja, ohne Scheiß, Mann. Ich glaube, man darf ein Schipie sagen. Aber auf jeden Fall... Man muss, glaube ich, äh... Wir sagen Bio-Foint. Durch... Durch, äh... Reggae-musikgestörter Mensch. Hahaha. Das ist ja überhaupt nicht rassistisch. Hahaha. Mann, jetzt geh doch tot. Hardcore-Modus. Ich sag dir, die Gegner waren da nicht so schlimm. Im... Im Normal-Modus. Doch, doch, doch. Hier sind... Haben wir auch ein bisschen gebraucht. Daran kann ich mich nicht mehr ändern. Ich hab nur noch einen Halt dran. Das ist ja nicht gerade lange her. Dammit. Echt? Wir brauchen endlich mal wieder einen Boss-Gegner mit mehr Gold. Oder... Oder kommt hier kein Gold mehr? Guck dir mal mein Geld an. Ja, kommt hier kein Geld mehr? Oder... Kriegen wir kein Geld mehr? Wir haben doch gleich den Frost-Boss. Den haben wir doch schon gesehen. Ich kann mich gerade aber nicht... Wir haben aber schon Gold bekommen, oder? Ne. Wir haben lange kein Gold mehr bekommen. Das letzte war nicht die Katze, sondern in der Höhle da. Haben wir doch Gold bekommen? Ja, von dem Typen. Von der Fledermaus. Von den Stahltypen, oder was? Von der Fledermaus. Ne, nicht bei der Fledermaus. Das war ja nur so ein Kontrast-Zwischen-Moss. Von dem... Stahltypen. Den hatten wir doch aber gar nicht. Natürlich. Der in die Lava des Heines. Das war's schon lange. Glaub mir. Ach, und da... Ich kann mich doch noch mal nicht mehr lernen. Wtf, denn mein Gehirn ist so... Jetzt... Jetzt frag ich mich mehr. Hast ihr was getrunken, du oder ich? Mein Gehirn ist so... Ey, die haben aber auch Magie. Merkst du, dass die leuchten? Stimmt. Aber es ist bestimmt diese Schnee... Ob man die freischalten kann mit den Schneebellen? Das... Weiß ich nicht. Ich glaub schon, oder? Kann sein. Weil eine Aufgabe ist es ja, besiege einen Boss, äh... Indem man seinen eigenen... Einen Chiefman spielt. Einen Chiefman spielt, oder so. Einer Chiefman spielt, oder so. Einer Chiefman spielt, oder so. Äh, da müssen wir mal gucken. Also, einen haben wir ja schon freigespielt. Einen so'n Charakter. Also, den hier würde ich auch noch nehmen. Obwohl, das fast das gleiche ist, wie dieser Eis-Typ. Äh, mal sehen. So, Brutzel. Na, wir werden mal sehen, ähm... Es wird sich zeigen. Na, schieß doch, Mann. So machst du es gut. Ich glaub... Ich mach zwei Schaden, ja. Guck, warte, warte. Ich mach zwei Schaden. Und man sollte meinen, mit Feuer machst du den mehr Schaden. Ja. Ich glaub, ja. Ich zieh den eigentlich sonst einen ab. Hm. Ja, das ist so. Ich hab Magie ja noch gar nicht gelevelt. Ja, ich hab was voll. Äh, ich hab auch noch zwei Level jetzt zu vergeben. Ach du Arschloch, Mann. Ich hab noch so wenige Halt reingehört. Du hast keine Reaktion. Außerdem ist dein Ding besser, weil du hostest. 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 Mega. Das wird sein. Es ist so. Genau. Ich lass dich das nächste Mal hosten. Ja. Ha. Genau. Hä, guter Witz. Hä. Wir haben uns übrigens nochmal so zusammengesetzt und, ähm... Oh, zusammengesetzt. Das hört sich immer an. Nein, wir haben mal so beschlossen. Weißt du, was wir wieder einfällt? Wir wollen mal wieder Left 4 Dead machen. Ja. Wolltest du das grad sagen? Ja. Wolltest du das grad sagen? Was wolltest du denn sagen? Ich wollt nochmal auf das Thema von letzter Folge oder vorletzter Folge. Ja, was hatten wir denn da? Hatten wir das dann mit dem Geburtstag? Das hatten wir grad eben. Also in der letzten Folge. Achso, warte mal. Da fällt mir ein... Folgenpause. Nein, warte, warte, noch eins kurz. Lass mir den ansprechen. Ja, gut. Wir können eigentlich auch mal so'n kleinen Vlog machen. Das könnten wir mal machen. Wenn die Zeit dafür machen. Äh, fürs. Ich hatte jetzt schon einen gemacht, aber ich hatte das Video falsch geschnitten. Äh, ja, das muss ich die Tage auch nochmal hochladen. Geste? Na gut. Mach ich schon nochmal. Ja. Ja. Das war ja kein richtiger Vlog, da hat man dich ja nicht gesehen. Ne, 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 ne. Ja, ja, ja. Es kommt ja auch demnächst eine Facecam und zwar mit Greenscreen mit allem. Ähm, ich hab mir die Microsoft... Jetzt mach mal Folgenpause, wir können jetzt noch ein bisschen quatsch. Äh, die Microsoft Face... Äh, Quatsch. Microsoft... Äh, Studio... Keine Ahnung. Irgendwas. So ne Cam halt gekauft. Oder bestellt. Ähm. Ja. Und im nächsten Monat wird dann hier noch eine Wand gestrichen. Komplett grün. Und ja, da kommt dann, äh, wie gesagt, grüne Farbe an die Wand. Und da mach ich dann so ein bisschen Greenscreen-Technology, you know what I mean. Äh, ja, und dann kann ich auch ne Facecam machen. Äh, ne professionelle Facecam wohl gemerkt. Ja, so dass man dann nur mich zieht und hinter mir noch das Game und... Ja, so coole Sachen halt. Äh, muss ich mal gucken, ob man das mit Open Broadcaster hinkriegt. Aber ich denke schon. Schon cheap gehen. Genau. Ja. Werde dann sehen, irgendwann ne Facecam dann da oben in der Ecke. Wer weiß wann. Jo. Gut. Dann, äh, sehen wir jetzt in der nächsten Folge wieder. Bei Caster Critters. Äh, Pips ist doof. Ja. Immer doch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.